Ich möchte mit dir heute nochmal über Chat-GPT sprechen. Im letzten Video, da habt ihr fleißig kommentiert, ihr habt mir viele Nachrichten geschickt und da bin ich euch sowas von dankbar. Vielen, vielen Dank für eure Meinung. Das interessiert mich ja wirklich. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr mir oder das mit mir geteilt habt. Ich möchte nochmal so ein paar Worte zu Chat-GPT loswerden, sage ich jetzt mal. Also ich habe vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge rausgebracht. Ich verlinke meinen Podcast unten nochmal in der Videobeschreibung, wo ich nochmal so ein bisschen expliziter darauf eingehe, was eigentlich meine Gedanken zu diesem ganzen Thema sind und warum ich relativ wenig Angst aktuell vor dem ganzen Wandel habe. Es wird was passieren, es wird sich ändern, es wird sich was ändern, es wird sich weiter bewegen. Und es ist das Schlimmste, was man glaube ich tun kann, ist sich dem versuchen zu wehren. Ja, also was nicht heißen soll, dass ich das für gut empfinde, alles. Ja, sondern es gibt Momente, wo wir zusehen müssen, gerade die Selbstständigen oder die Unternehmer unter uns, wie wir solche technologischen Fortschritte dann für uns nutzen können. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir ersetzt werden. Es geht nicht darum, dass wir unseren Job verlieren. Das sehe ich aktuell auch noch nicht, zumindest in dem Bereich, in dem ich mich bewege. Ja, aber das wird schneller passieren, wenn ich mich komplett dagegen sträube, sondern versuche in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen offen zu sein und gucken, wie man das in seine Projekte mit einbinden kann. Ja, das ist das Einzige, was ich damit sagen möchte. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und da möchte ich mich auch relativ wertfrei, ja, ich sag jetzt mal, verhalten. Okay, das nochmal so ganz kurz zur Einleitung zu diesem ganzen Chat-GPT. Ich habe, und das habe ich ja im letzten Video schon gesagt, vor einiger Zeit mit einem Unternehmen zwei Tage lang das Ganze mal analysiert. Es kamen mittlerweile weitere Unternehmen dazu, die sich bei mir gemeldet haben und mit mir genau diese gleiche oder eine ähnliche Analyse mal durchführen wollen, inwiefern das denn für sie nutzbar ist und vor allem welche Form. Also auch in meinem Podcast habe ich gesagt, wir tun jetzt gerade so, als wenn das alles komplett neu ist. Nee, es ist nicht neu, es ist jetzt einfach bloß präsent. Die ganze Technologie und so weiter und nicht in dem Ausmaß, das muss ich zugeben, aber die Tatsache, dass man halt einen Bot hat, mit dem man chatten kann und dass man künstliche Intelligenzen dafür nutzt, Dinge auszulesen, zu erstellen, sei es jetzt irgendwie bei der Buchhaltung oder beim Texteschreiben. Im Journalismus ist das ja zum Beispiel auch sehr verbreitet oder teilweise verbreitet, dass halt einige stellen sich halt dem Nutzen. Oder gehen wir halt in den E-Commerce, das halt anhand von Produktinformationen oder von Hangtext, die halt in einer Kleidung steckt, die Informationen genommen werden und dann ein ganzer Produkttext geschrieben wird. Das ist nichts Neues. Es ist jetzt einfach bloß Publik. Es wird uns jetzt halt quasi vor die Füße gelegt und deswegen fühlt sich das gerade ein bisschen komisch an. So, aber lass uns doch versuchen, das Ganze mal in dem Aspekt positiv zu betrachten, wie wir das halt für uns in der Bildbearbeitung nutzen können. Im letzten Video haben wir das Thema Scripting gehabt. Und ja, ich bin trotzdem der festen Meinung, dass Scripting auch was mit Bildbearbeitung zu tun hat. Auch wenn der, ich sage jetzt mal vorsichtig, Vorwurf kam, dass das nichts mit Bildbearbeitung zu tun hat, doch, es hat eine ganze Menge damit zu tun. Sondern wir müssen ja immer betrachten oder bedenken, dass wir die Bildbearbeitung aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Der eine für sich als Hobby, der andere für sich als Dienstleister und dann haben wir halt Unternehmen. So, und jede Säule hat seinen eigenen Schwerpunkt oder bringt eigene Schwerpunkte mit. Gerade die Selbstständigen und die Unternehmer sind sehr interessiert an dieser Säule der Automatisierung. Und zum Automatisieren gehört Skripten dazu. Und ich kann über Scripting auch Bildbearbeitung betreiben. Das muss man ganz klar dazu sagen. Und deswegen gehört das für mich auch dazu. So, und im letzten Video haben wir uns angeguckt, wie wir uns ein Skript schreiben lassen. Und ihr habt selber alle reflektiert und gesehen, dass es ja trotzdem eine bestimmte Kompetenz voraussetzt. Und das ist der entscheidende Punkt. Wie gesagt, hör dir meinen Podcast an. Da erkläre ich das nochmal ein bisschen ausführlicher. Und das ist auch der Grund, warum ich mir da recht wenig Sorgen aktuell, um, weiß ich nicht, einige Jobs in diesem Bereich zu machen. Weil einfach die Fachkompetenz immer noch vorausgesetzt wird. Um das Debugging zu machen, um es halt in die Projekte zu implementieren, das kann kein Otto-Normalverbraucher, der jetzt davon keine Ahnung hat. Das muss man ganz klar sagen. Aber jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir das Ganze für uns in irgendeiner Art und Weise noch anders nutzen können. Also stell dir mal vor, du hast eine Frage zu Photoshop oder verstehst du irgendwas nicht. Dann kannst du dieses Tool doch auch nach einer Erklärung bitten. Und das Spannende daran ist ja, dass auch hier wieder viele Informationen zusammengesetzt werden und so dir das, ich sag jetzt mal vereinfacht, erklärt wird. Und das ist ja der Punkt, dieses Tool geht halt nicht in die Tiefe, zumindest die Version, die jetzt online ist. Die geht ja nicht zu sehr in die Tiefe, sondern behandelt das so ein bisschen oberflächlich. Aber nutze doch diese Oberflächlichkeit. Also, wie zum Beispiel, können wir doch mal, stell dir mal vor, du möchtest mit Compositing anfangen. Fragen wir das Tool doch mal. Was muss ich bei einem Compositing in Photoshop beachten? Guck mal, wir bekommen den Hinweis, dass wir auf Helligkeit, Farben und Perspektive achten müssen. Schon mal gar nicht verkehrt. Verwenden Sie Werkzeuge wie den Pinseldassel oder die Magic Wand. So, cool. Um die Bildelemente zu isolieren, also okay, wir sollen freistellen, um sie dann zusammenzufügen. Verwenden Sie auch Schichtenmasken, um die Übergänge zwischen den einzelnen Elementen zu verfeilen. Okay, damit sind Ebenenmasken gemeint. Also, wichtig, die richtige Ebene zu verwenden. Okay, Ebene des Hintergrundes eines... Okay, okay. Also, hilfreich, Ebenen anpassen, wie Helligkeit, Farbe, Kontrast und Schärfe zu verwenden, um die Bildelemente optimal miteinander zu kombinieren. Okay, bis auf ein paar Begrifflichkeiten ist das doch schon mal ein ganz guter Ansatz, an dem wir uns orientieren können. Ja? Und so können wir halt weitergehen. Also, weiß nicht, was sollte ich bei einem Produktfoto beachten, wenn ich es auf, weiß nicht, Amazon nutzen möchte. Schauen wir mal, was er damit anfangen kann. Das ist natürlich auch zum Beispiel ein gern gesehenes Briefing. Die Fotografen unter euch wissen das, dass, wenn jemand was verkaufen möchte, gerade bei Amazon, da gibt es Richtlinien, die wir einhalten müssen. Sollten Sie darauf hin, dass das Bild hoch auflösend und in guter Qualität ist? Okay, verwenden Sie eine Kamera mit mindestens 8 Megapixel hochhöhere und sehen Sie, dass das Bild auf dem Amazon-Marktplatz gut sichtbar ist. Es ist wichtig, das Produkt gut zu präsentieren. Das bedeutet, es sollte gut ausgeleuchtet sein und eine richtige Perspektive mit dem passenden Hintergrund. Vermeiden Sie es, das Produkt in einer unordentlichen Umgebung aufzunehmen oder es von anderen Gegenständen ablenken zu lassen. Ja? Verwenden Sie die richtigen Farben und Kontraste, um den Hintergrund abzuheben. Ja? Verwenden Sie gegebenenfalls Photoshop oder ähnliche Tools zur Bildbearbeitung um die Farben und Kontraste zu optimieren. Es ist wichtig, dass das Produktfoto die wichtigen Funktionen und Merkmale des Produktes zeigen. Es ist empfehlenswert, mehrere Aufnahmen von verschiedenen Winkeln und Perspektiven zu machen, um potenzielle Kunden eine klare Vorstellung davon zu geben, wie das Produkt aussieht und funktioniert. Oh, er hört ja gar nicht mal auf. Am besten ist es, wenn man verschiedene Fotos und Produkte von... Okay, jetzt wiederholt er sich. Alles klar, jetzt bringt er Zubehör mit rein. Ja, okay, ein besseres Bild davon machen. Aber du siehst, wo das hingeht, ne? Also, du kannst dieses Tool einfach mal fragen, worauf du achten solltest. Also, wenn du dich jetzt in ein Gebiet bewegen möchtest, wo du tendenziell noch wenig Ahnung hast, dann ist das doch... Was machst du denn sonst? Du googelst, guckst YouTube-Videos und versuchst dir irgendwie so einen Reim daraus zu bilden, worauf du achten sollst. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Und das ist jetzt ein weiteres Werkzeug, ein weiteres Hilfsmittel, was du einfach hernehmen kannst, um dir einen Überblick zu verschaffen, worauf du achten solltest. Ja? Wir hatten beim letzten Mal auch das Beispiel Aktionaufzeichnungen für ein Cartoon-Bild. Wir können aber fragen, was macht ein Cartoon-Bild aus? Worauf sollte ich bei der Bildbearbeitung achten? Mal gucken, ich glaube, die Seite ist gerade ein bisschen überladen wieder. Aber du siehst, in welche Richtung meine Gedankengänge gehen. Nutze das Tool, um dir halt solche Fragen zu beantworten. Also, lass dir nicht Texte oder so schreiben. Ja? Einen gewissen Punkt ist es dann sowieso ein bisschen kritisch, weil in einem Text, in ein paar Zeilen, steckt auch so ein bisschen deine Persönlichkeit drin. Dein Schreibstil und so weiter. Jetzt gibt es Vermutungen, dass dieses ganze Tool halt auch durch die Interaktion mit dir davon lernt, wie du schreibst. Und dann irgendwann dein Schreibstil so ein bisschen annimmt. Das habe ich jetzt noch nicht für mich erfahren können. Aber, na los, komm jetzt. Kopieren wir das nochmal, laden wir die Seite nochmal neu. Okay, jetzt kriegen wir hier den Hinweis, dass es sehr gefragt gerade ist. Fügen wir das nochmal ein. Vielleicht haben wir ja nochmal eine neue Chance. Naja, auf jeden Fall nutze dieses Tool, um, wie gesagt, deine Fragen irgendwie so ein bisschen zu ordnen, zu beantworten. Gerade in Bereichen, in denen du dich noch nicht so wirklich bewegst. Was macht denn ein Cartoon-Bild aus? Ein Komplexer-Verlust, es zeichnet sich durch einfache Formen, klare Linien und leuchtende Farben aus. Wenn sie gut erstellen, sollten sie auf folgende Dinge achten. Verwenden sie einfache Formen und klare Linien, um die Zeichnung zu vereinfachen, um die Aufmerksamkeit auf wichtige Elemente zu lenken. Verwenden sie leuchtende Farben, um das Bild aufzupeppen und die Aufmerksamkeit des Betrachters zu erlangen. Spielen sie mit Schattierungen und Texten, um Tiefe und Dimensionen zu erzeugen. Verwenden sie eine Vielzahl von Texturen und Schattierungen, um verschiedene Elemente des Bildes hervorzuheben. Verwenden sie klare und lesbare Schrift, um Botschaften oder Dialoge hinzuzufügen. Halten sie das Bild übersichtlich und einfach. Vermeiden sie zu viele Details und Ablenkungen. Wow. Das ist doch eine gute Zusammenfassung zu dem, worauf du so ein bisschen achten solltest. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie du aus deinem Bild ein Cartoon machen kannst. Aber jetzt beziehen wir das Ganze doch nochmal auf Photoshop. Und wenn dir was unklar ist, dann frag doch das Tool einfach mal. Was versteht man unter dem Ebenenmodus weiches Licht in Photoshop? Um das Bild weicher und natürlicher aussehen zu lassen. Er reduziert die Kontraststärke und die Farbintensität einer Ebene, wodurch die Farben und Schatten in dem Bild sanfter und natürlicher erscheinen. Der Ebene ist besonders nützlich, wenn sie eine Schicht, also Ebene wahrscheinlich, mit einem starken Kontrast oder einer starken Farbintensität mit einer anderen Ebene kombinieren möchten, um natürliches Ergebnis zu erzielen. Es kann auch verwendet werden, um ein übersichtlicher... Okay. Es zu beachten, dass ein weiches Licht nicht dasselbe ist wie der Ebene-Modus weiches Licht-Overlay. Der Ebene-Modus weiches Licht-Overlay verwendet eine Art von Overlay-Techniken, dunkler oder kontrastreicher Macht, während weiches Licht er aufdreht und den Kontrast reduziert. Okay. Und da sehen wir halt schon das große Problem, weil die Aussage ist halt nämlich tendenziell nicht richtig. Das, was hier gesagt wird, der Ebene-Modus weiches Licht-Overlay, was wir ja damit nicht verwechseln sollen, verwendet eine Art Overlay-Technik, die das Bild etwas dunkler und kontrastreicher macht, während weiches Licht es eher aufhält und den Kontrast reduziert. Das ist ja so an sich gar nicht richtig. Wir können ja mal fragen, wie funktioniert weiches Licht technisch? So, wir wissen ja, oder beziehungsweise lernen ja in verschiedenen Videos und Tutorials, dass weiches Licht eine neutrale Farbe von 50% Grau hat. Das heißt, wenn wir die Ebene im Modus weiches Licht mit 50% Grau belegen, dann ist die Ebene unsichtbar. Und alles, was auf dieser Ebene heller als 50% Grau ist, wird aufgehellt und was dunkler als 50% Grau ist, wird abgedunkelt. Und somit haben wir eine Kontraststeigerung in gegebenenfalls beide Richtungen. Wenn wir es natürlich nur aufhellen, dann wird es natürlich kontrastärmer. Beziehungsweise, nee, es wird nicht kontrastärmer, es wird kontrastreicher, weil wir ja die hellen Bereiche weiter pushen. So, Farbwerte darunter multipliziert. Dies führt dazu, dass die Farbindesignität und Kontraste reduziert werden, wodurch das Bild weicher und natürlicher aussieht. Technisch gesehen berechnet Photoshop die neuen Farbwerte für jeden Pixel in der oberen Ebene, indem die Farbwerte mit den entsprechenden Pixel und darunterliegenden Ebenen und Deckkraft der oberen Ebene verwendet wird. Dann multipliziert er diese Farbwerte mit einer Konstante von 0,5, um die Farbindesignität und den Kontrast zu reduzieren. Es gibt auch eine ähnliche Funktion in Photoshop, weiches Licht-Overlay, die die Farbwerte und die obere Ebene mit der Farbe und der unterliegenden Ebene überlappen und eine Art Overlay-Effekt erzeugen, der Kontrast und Helligkeit erhöht. Das Wichtige zu beachten, dass die Wirkung von weichem Licht und weichem Licht-Overlay sich unterscheiden und je nach Bild unterschiedliche Ergebnisse geliefert werden. Okay, jetzt würde ich mich mal, also er spricht ja ganz klar davon, also er oder sie oder es, spricht ja ganz klar davon, dass wir zwei verschiedene weiches Licht-Techniken haben. Wo finde ich denn weiches Licht in Photoshop? Denn für mich gibt es eigentlich nur ein weiches Licht, und zwar den Ebenen-Modus. Und er spricht aber ganz klar davon, dass es zwei verschiedene Arten gibt. Und jetzt ist es natürlich mal interessant zu wissen, wo finden wir denn die zweite Variante von weichem Licht? Weil im Grunde suche ich die Erklärung von weichem Licht-Overlay. Was er hier beschreibt. Jetzt würde mich aber interessieren, was halt weiches Licht, wo ich weiches... Okay. Clever. Das sind wahrscheinlich dann so die Fragen, die er nicht beantworten kann. Sagt er dann, dass wir ein Overload haben? Ja, also, save and submit, los. Wo finde ich denn weiches Licht in Photoshop? Das würde mich jetzt mal interessieren, wo wir die zweite Variante finden. Es zeigt aber ganz klar, was für Schwachstellen dieses Tool einfach hat. Und jetzt ist halt so die Frage, also natürlich, das entwickelt sich auch weiter. Und ja, die neue Version von JetGPT soll nochmal viel, viel krasser sein und performanter und so weiter. Alles schön und gut. Aber das ist genau das gleiche Thema wie mit Videos. Ich meine, jetzt liest du es hier. Du verlässt dich hier auf ein Bot, der dir eine Antwort gibt. Und es liegt natürlich in deiner Hand zu überprüfen, beziehungsweise dich dazu entscheiden, ob du dem Ganzen jetzt vertraust. Und ansonsten brauchst du nämlich trotzdem eine gewisse Expertise. Wenn du die Expertise nicht hast, dann wird es schwierig, das Ganze auch in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Das ist genau das gleiche, wenn ich darüber jetzt ein YouTube-Video gehalten hätte. Wenn ich dir jetzt erzählt hätte, okay, pass auf, wir haben zwei Formen von weiches Licht. Ich zeig dir das aber nicht. Ja, sondern erzähl dir einfach, wir haben weiches Licht und weiches Licht Overlay. Dann kannst du mir das glauben oder nicht? Vielleicht solltest du es hinterfragen? Auf jeden Fall. Ja, das ist ja der Knackpunkt an der ganzen Thematik. Wenn wir YouTube-Videos gucken von irgendjemandem, dem wir vertrauen, dann glauben wir daran, dass er oder sie ein bisschen Ahnung davon hat. Und geben uns dem dann da hin und testen das vielleicht. Gucken, schauen, wie auch immer. Bei so einer Thematik wird es ein bisschen schwierig, weil du musst es auf jeden Fall hinterfragen. Weil die Antwort, die hier geliefert wird, ist nicht korrekt. Die ist so nicht richtig korrekt, dass du damit arbeiten kannst. Und das ist genau das, was ich meine mit, sie geht nicht in die Tiefe. Sie zeigt mir eine Auswahlmöglichkeit. Ich habe gefragt, wie funktioniert weiches Licht? Und jetzt sagt er mir, okay, es gibt weiches Licht Overlay. Das eine ist kontrastreduzierend und das andere ist kontraststeigernd. Ja, ich will weiches Licht. Jetzt habe ich verstanden, okay, es gibt zwei Formen. Jetzt würde ich gerne wissen, wo denn die zweite Variante versteckt ist, damit wir das mal überprüfen können. So, also, wie gesagt, nutze diese ganzen Tools als Hilfsmittel. Nutze sie als Hilfsmittel, um zu gucken, wo du dich wie orientieren kannst. Du musst es nicht als Computerprogramm nutzen, das dir deine Texte, deine Briefe, deine E-Mails schreibt. Schau mal, jetzt kriegen wir hier eine Antwort. In Photoshop können Sie den Ebenenmodus weiches Licht finden, indem Sie auf die Schaltfläche Ebene und in der oberen Menüleiste klicken und dann auf Ebenenmodus gehen. Denn dort finden Sie eine Liste verfügende Ebene und weiches Licht wird dort als Option angezeigt. Alternativ können Sie auch direkt in der Ebenenpalette ändern, indem Sie auf das Pulldown-Menü klicken, das sich neben den Namen der Ebene befindet. Na, fast. Und dann weiches Licht aus der Liste der verfügbaren Ebenenmodus auswählen. Ja. Es ist wichtig zu beachten, dass der Ebenenmodus weiches Licht nur auf Ebenen angewendet werden kann, die Inhalte enthalten und nicht auf Ebenenmasken oder Anpassungsebenen. Damit sind Einstellungsebenen wahrscheinlich gemeint. Also, prinzipiell ist das richtig. Also, wir können weiches Licht nicht auf eine Ebenenmaske anwenden. Das macht ja aber gar keinen Sinn, weil die Ebenenmaske bezieht sich ja auf die Ebene davor und nicht auf eine Verrechnung zu der Ebene. Wir wollen ja die Maske nicht mit der Ebene verrechnen. So. Okay. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Und wo finde ich weiches Licht? Overlay? Das hat er so beschrieben. Hat er oder sie oder es so beschrieben, ne? Weiches Licht Overlay. So, jetzt schauen wir mal. Schaltet euch hier in die Ebene in die oberen Menüleiste klicken und dann auf Ebene Modus G9 finden Sie eine Liste von verfügbaren Ebene Modis und weiches Licht Overlay. Okay. Ist im Grunde die gleiche Antwort, nur mit Overlay. Schauen wir mal. Legen wir uns mal ein neues Dokument an mit einer neuen Ebene. Und jetzt gehen wir hier mal auf das Pulldown Menü und hier haben wir weiches Licht, aber nicht weiches Licht Overlay. Ja. Und auch wenn wir hier auf Ebene gehen und dann uns, ähm, ich weiß gar nicht, wo haben wir denn hier den Ebenen Modus? Ich weiß gar nicht, ob wir den hier rüber einstellen können. Ähm, nein, 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 können wir hier nicht einstellen. Das heißt, das ist sowieso hinfällig. Ja. Wir können, wenn wir mit der Alt-Taste auf das Plus klicken, können wir hier den Modus auswählen und hier haben wir auch weiches Licht. Allerdings kein weiches Licht Overlay. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Passt auf. Es war mir jetzt wichtig, das einmal euch vorzustellen. Ich habe das mit einem anderen Ebene Modus gestern mal getestet und zwar mit Negativ multiplizieren und habe eine ähnlich schwammige Aussage bekommen. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist, um das zu verstehen, musst du natürlich wissen, wie diese Techniken funktionieren, um dem halt auch Glauben zu schenken. Wenn ich aus meiner Erfahrung erzähle, als Retoucheur, was ich jetzt schon seit über 16 Jahren ausübe, dann hat das vielleicht eine gewisse Gewichtung. Bei einem solchen Tool müssen wir natürlich immer wieder hinterfragen, inwiefern stimmt denn das? Wir müssen das mit anderen Quellen gegebenenfalls abgleichen. Vielleicht können wir auch fragen, woher hast du diese Information? Vielleicht kriegen wir darauf ja eine Antwort. Ja, ich bin künstlich und habe diese Information aus dem Text, den ich während meiner Schulungszeit gelesen habe. Na super. Ja, das ist genau das Thema. Ja, also. Die Frage ist dann natürlich, was für ein Text, woher stammt diese Info? Die Infos sind definitiv viel zu schwammig. Das ist, du hast im Grunde zwei Aussagen. Auf der einen Seite Kontrast steigern, auf der anderen Seite Kontrast reduzierend. Und das ist halt schwierig. So, und jetzt sagt mir doch mal, wie das, und ich beziehe mich jetzt nur auf den Kontext der Bildbearbeitung. Ich möchte hier jetzt nicht grundsätzlich über dieses Tool sprechen und dieses Tool in andere Bereiche infrage stellen oder mit anderen Bereichen in Verbindung bringen, sondern wir beziehen uns jetzt hier wirklich nur auf die Bildbearbeitung. Und da ist jetzt natürlich meine Frage, meine große Frage, inwiefern machen wir uns jetzt Gedanken über dieses Tool in Bezug auf die Bildbearbeitung? Wir könnten die gleiche Diskussion über MidJourney zum Beispiel führen, da wo wirklich Bilder generiert werden. Dazu kommt demnächst ein Video online, wo ich, das ist im Grunde mal so ein kleiner Mini-Auszug aus meinem Unternehmenscoaching, wie wir halt solche Tools nutzen können, können, ja. Also, worüber, was ist jetzt hier der kritische Punkt? Wir bekommen schwammige Aussagen, wir bekommen teilweise nicht richtige Aussagen und müssen diese stets hinterfragen. Also natürlich bleibt es abzuwarten, wie das Tool sich weiterentwickelt, aber nutzt das für allgemeine Informationen. Fragt nicht mal explizit nach Photoshop. Mit dem Skripten hat das auch nur so halb funktioniert. Und ich meine, das ist jetzt Programmierung auf Adobe-Basis, auf Photoshop-Basis. Wenn wir jetzt an eine Webseite gehen, ja klar, dieses Tool hat auch schon ganze Webseiten geschrieben und Leute verdienen damit Geld und es sind ganze Geschäftsmodelle damit entstanden. Alles schön und gut, alles richtig. Aber guckt euch doch mal an, wer dieses Tool dann dafür benutzt, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Das sind bestimmt nicht Unwissende in dem Bereich. Die das ganze Tool dann so benutzen, dass sie daraus Profit schlagen können. Sondern du musst deine Expertise mitbringen, damit das halt auch in irgendeiner Art und Weise Gewichtung hat. Okay? Und ich bin auch der Meinung, dass man es rausliest, ob du selber die E-Mail geschrieben hast oder ob du die schreiben lassen hast. Anhand von Peinfuss. Schaut euch das letzte Video nochmal an, wo ich einen kurzen Text über mich schreiben lassen habe. So würde ich eine Selbstbeschreibung niemals formulieren. Niemals. Ich kann es vielleicht als Inspiration nehmen und dann ein bisschen abändern oder die Ideen, die dort mit präsentiert wurden, mit einfließen lassen in meinen Schreibstil. Aber jetzt kommen wir genau in diese Richtung, über die ich eigentlich so gar nicht diskutieren möchte. Wie das Thema Copywriting und Schriftsteller und so weiter, wie das jetzt auf der Kippe steht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Video ich das gesehen habe oder gehört habe, aber jemand, ich weiß es wirklich nicht mehr. Da wurde aber auf jeden Fall gesagt, dass die Tools auch schon miteinander kombiniert werden. Das heißt, bei MidJourney lässt du dir Bilder erstellen und bei OpenAI lässt du dir dann deine Texte schreiben. Und so wurden Kinderbücher geschrieben. Das ist gruselig, aber liest den Text. Das fühlt sich anders an. Aber wie gesagt, ich würde es nicht für gut heißen. Ich lasse das Wert frei. Und über diese Themengebiete möchte ich mich jetzt eigentlich auch so gar nicht unterhalten, sondern mich interessiert das. Worauf, glaubst du, müssen wir uns in der Bildbearbeitung zukünftig einstellen? Oder auch in der Fotografie? Worauf, deiner Meinung nach? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Jetzt habe ich länger gequatscht, als ich wollte. Und eigentlich wollte ich dir nur diesen Knackpunkt, diesen Schwerpunkt der Fehleranfälligkeit dieser Tools einmal noch aufzeigen. Das aufbauend auf das letzte Video. Und ja, genau. Wichtig ist, beschäftigt euch damit. Guckt euch das an. Lasst euch aber nicht zu sehr verunsichern dadurch. Also, viel schlimmer ist es, sich wirklich dem komplett zu entfernen. Also, das heißt ja nicht, dass ihr es nutzen sollt. Aber habt schon mal was davon gehört, dass ihr dann später nicht irgendwie böse überrascht seid, wenn dann irgendwie doch ein Knall kommt oder so. Ich weiß, keine Ahnung. Das weiß ja keiner, wo es hingeht. Aber nutzt es für euch. Nutzt es. Wie ihr die künstlichen Intelligenzen in Photoshop auch nutzt. Wie ihr die künstlichen Intelligenzen in anderen Bereichen auch nutzt, wo ihr selbst nicht mal wisst, dass da eine KI dahinter steckt. Ja. Hinterfragt das und glaubt nicht, dass nur weil jemand ein Video darüber macht und darüber spricht, dass man sowas persönlich auch immer für gut heißt. Wichtig ist, dass wir darüber informieren, dass wir euch zeigen, was damit möglich ist und dass es die Welt verändern wird in dem Bereich, in dem wir tätig sind. Jetzt kann man natürlich auch wieder auslegen und das möchte ich gleich vorweg nehmen, dass man beschleunigt sowas ja im Grunde dadurch, dass man darüber berichtet. Ja, das ist richtig. Will ich jetzt auch gar nicht bestreiten. Aber was ist denn für dich wichtiger? Eher in Unwissenheit gelassen zu werden oder das Wissen zu kriegen und zu schauen, wie du es für dich bewertest? Zweiteres ist für mich viel, viel wichtiger und deswegen war es mein Bedürfnis, hier darüber zu berichten. Und es wird auch noch ein weiteres Video geben, wo wir uns über eine andere Software unterhalten und wie wir das halt mit unseren Bildern verknüpfen können. Okay. Ja, ob ich, also, das wollte ich jetzt dazu mal loswerden. Ihr könnt jetzt selber mal unten in den Kommentaren schreiben, ob, also Schreien ist gut, Schreiben, ob ihr zukünftig hin und wieder daran interessiert seid, dass wir solche Thematiken mit aufgreifen, dass wir das in unsere Bildbearbeitung mit einfließen lassen. Was ist möglich? Also, dass ich dir jetzt hier nicht so ein Unternehmenstraining geben kann, wie ich es durchgeführt habe, das ist klar. Aber viel wichtiger ist doch, dass wir, ich sage jetzt mal hier, die gleich ein und dieselbe Sprache sprechen. Okay. Also, seid ihr hin und wieder, ganz wichtig, hin und wieder, das soll kein Schwerpunkt von diesem Kanal sein, hin und wieder mal interessiert, dass wir solche Tools in unseren Workflow mit einbinden. Das würde mich mal sehr interessieren, ähm, früher oder später wird es wahrscheinlich so oder so kommen, aber, lasst es mich mal wissen. Lasst es mich mal wissen, wie wir, ähm, wie ihr jetzt dazu steht. Okay, also, ich mache mal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen, ähm, mich interessiert weiterhin deine Meinung und bin sehr, sehr gespannt, wie wir, ja, zukünftig, damit zu umgehen werden. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke fürs Zuhören und, äh, Zuschauen. Guck unten in der Webbeschreibung, da findest du einen Link zu meinem Podcast, wo ich nochmal so ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit und auf die Unternehmensaspekte eingehe, ähm, wenn dich das interessiert und dann, ja, bin ich gespannt, was du dazu sagst. In dem Sinne, macht's gut. Guck unten in der Webbeschreibung. Vielen Dank.